Hi, ich bin der Alex und wir sind heute in Lörrach und ich zeige euch, wie wir nachhaltig bauen. Nachhaltigkeit ist allgemein wichtig. In der Baubranche ist sie essentiell, da wir verantwortlich sind für einen großen Teil des CO2-Ausstoßes in der Welt. Und somit müssen wir neue Wege gehen. Wir müssen mutig sein, Dinge umzusetzen, die sonst noch niemand umgesetzt hat, um unseren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Und da hinten sehen wir dann auch schon unsere mobile Betonmischanlage, die beide unsere Projekte in Lörrach mit Beton bedient. Und der Vorteil daran ist, dass wir nur sehr kurze Fahrträge für unsere Betonmischer haben. Fahren ans Werk bekommen wir im Beton und können ihn direkt hier wieder ausladen. So sparen wir viele, viele Kilometer an Fahrträgen. Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus dem ökologischen Teil, sondern auch aus dem ökonomischen Teil und dem sozialen Teil. Diese drei Säulen spielen dann zusammen in eine nachhaltige Baustelle. Hier seht ihr Teile der 140.000 Recyclingplastik-Hohlkörper, die am Zentralklinikum Lörrach eingebaut wurden. Das Baustellenteam hat dadurch bis zu 200 Beton-LKWs gespart. In der Stabsstelle HSE kümmern wir uns um das Wichtigste, was wir haben, die menschliche Gesundheit. Es fängt bei uns an und jeder kann seinen Beitrag leisten. Und solange jeder etwas tut, ist etwas getan. Am Fortschritt bauen heißt für mich, neue Wege zu gehen. I work on progress.